Meine Damen und Herren, bevor der Hauptfilm beginnt, möchte die Leitung dieses Theaters Ihnen noch rasch etwas Interessantes zeigen. Dazu müsste ein Besucher einmal hier auf die Bühne kommen. Vielleicht Sie da hinten? Ja, Sie. Nur keine Angst, folgen Sie nur dem Licht. So. Und nun hier herauf, bitte. Danke schön, und nun nehmen Sie bitte Platz. Ja, hier auf diesem Sessel. Schön bequem, nicht wahr? Und nun passen Sie auf. Keine Angst, greifen Sie nur zu. Na, sind Sie sehr verwundert? Na, nun, den kenne ich doch. Kennen Sie den wirklich? Na, dann fahren Sie mal los. Sie werden sich wundern. Das geht ja auf einmal butterweich. Ja, das ist das neue Getriebe, voll synchronisiert. Nur zu uns geht das Schild nichts an. Schlechte Straßen, Schlaglöcher. Im neuen VW spürt man nichts davon. Längere Federwege, Vorder- und Hinterfeder aufeinander abgestimmt. Teleskopstoßdämpfer verbessert und Superballonreifen verschlucken jeden Stoß. Hoppla! Aber das geht natürlich nicht. Und eine Straßenlage, besser geht's nimmer. Also, da bleibt mir die Luft weg. Aber nicht im neuen VW. Der hat gute Lüftung und jede gewünschte Temperatur dank der regulierbaren Heizung. Ja, und dazu die neuen wuchtigen Stoßstangen. Doch, wir müssen jetzt zurück ins Kino. Der Hauptfilm beginnt gleich. Natürlich, da gäbe es noch viel mehr zu bewundern. So? Dankeschön.